In der Tat Eine Ewigkeit später Hallo Freunde, Willkommen zu einem neuen, äh, ein Indie-Spiel, sag ich mal, 1982 Aber wieso steht hier Easy Mode 2020, 2002 Er hat der Entwickler, glaube ich, so gemacht, ähm Weil Easy ist 2020, äh, jeder spielt Easy-Free-Ware-Normal-Mode, 1992 So, Hardcore, hm, weiß nicht, 2. Weltkrieg war doch Hardcore Ich spiel lieber Easy Mode, weil 1,5 Stunden später Ich hab das Spiel schon mal ein bisschen getestet Ja, das ist verdammt schwer, also Noch schwieriger Spiele krieg ich nicht hin Seht ihr ja, 80 Punkte In der Tat Key-Mail Link auch unter Beschreibung, Key-Mail Und Das Spiel auf Steam Waren Oh mein Gott, jetzt weiß ich, wieso das hat Okay, ein nach dem anderen wird das abgelaufen Ich bleib einfach hier stehen Na doch nicht Nope Stop Ress Yay possivel ichtig Ich bin Högl Da Du Se A oh mein Gott Feuer und Feuer bin ich oh mein Gott wie, wie hab ich das überlebt wie hab ich das überlebt oh mein Gott also das Spiel ist in Arcade aufgebaut wie in Heim oh also das Spiel macht schon also für mich ist das legitim Gott 2 ich glaube es ist so viel Power level up da hab ich äh time mode ist da ist ne Zeit und die ja äh das war's mir zu den Spielen nicht zu lang außer das macht lehrsüchtig ähm da hab ich schon so time magic mag ich nicht so sehr ein das in Hardcore gemacht mit ja ähm dann ciao bis zum nächsten Indie Spiel den ich vorstelle liked das Video bewertet das Video teilt das Video mit allen mit allen und Freunden dann ciao Leute tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal says ist natürlich ich